einen wunderschönen guten tag und willkommen zum nächsten season 20 news update wie versprochen das nächste video ich habe ein bisschen was vorbereitet wird auch noch ein viertes season 20 video geben dort rede ich über eine andere geschichte die in dem in einem der letzten events getestet wurde und es kann sein dass das jetzt übergreifend in season 20 fest implementiert wird dazu aber später heute geht es um zwei zwei items die eventuell oder sagen wir eher eins von beiden wird wohl endlich mal ins spiel finden und in season 20 können wir davon ausgehen dass es endlich der fall ist wir haben zum einen den schild kapest oder schild kondensator der wurde vor ewigen jahrzehnten gefühlt schon geleakt und angeblich soll er jetzt endlich kommen und zwar ist das wie folgt es gibt drei verschiedene stufen ihr seht hier blau wurde in spiel test schon lange entdeckt der ist tatsächlich im spiel mal als spiele test drin gewesen nach wie vor ist natürlich nicht hundertprozentig safe kommt es kommt nicht aber wissen die fleißigen data miner sind da sehr sehr hinterher und es gibt drei stufen weiß blau und lila danke jetzt muss ich selber erst mal überlegen und es wird so sein dass wir wenn wir das in unseren zuweilen slot packen da wo wir zum beispiel unserem ultimate charger oder unseren jump tower reinpacken oder unser mobile respawn beaken da kommt dann dieses gerät rein übrigens nebenbei erwähnt das passt nämlich auch dazu auch vor ewigen monaten schon gelegt dass wir einen zweiten zweifel slot bekommen mit der implementierung von ein oder zwei weiteren zweifel items geht wie gesagt von einem außen season 20 wäre es vielleicht wirklich an der zeit dass auch ein zweiter zweifel slot hinzu kommt sollte das nicht der fall sein kann ich damit auch ganz gut leben weil es taktisch noch mal mehr abwechslung bringt normalerweise ist aktuell so ein heat shield ein mobiler respawn biegen oder nur ein mobiler respawn biegen im squat und zwei jump tower und so weiter hast du eine valkyrie dabei dann fliegen die jump tower schon mal raus und so weiter meistens ist es so und nietzsche nehmen viele gar nicht mehr mit aufgrund der noch nicht mal so hohen oder sachen über die überschaubare masse der survival items aber der schild kondensator drei stufen wie gesagt heilt dein schild überzeit hier stets auch heels medium amount of shields 60 sekunden 60 sekunden cooldown funktioniert wahrscheinlich wie folgt du hast es in deinem survival slot drinne und sobald du schaden auf dein schild bekommst das ist meine vermutung hat noch keiner so richtig gesagt wie es genau funktioniert weil es wahrscheinlich nicht weiß sobald du schaden auf dein schild nimmst nehme ich mal an dass das ding dann automatisch vielleicht aktiviert wird oder du musst es aktivieren und funktioniert das im endeffekt so wie die wortzen passive fähigkeit du heißt quasi passiv über zeit deine schilde wieder voll das heißt du könntest quasi taktisch vorgehen wenn du das ding dabei hast und du hast richtig aufs brett bekommen dann ist das ding aktiv dann haust du dir nämlich zuerst deine spritzen oder deine medikits rein normalerweise ist genau umgedreht wenn du richtig auf den sack bekommen hast hast du dir zuerst eine schildzelle rein oder eine schild batterie denn die heilen dich deutlich schneller auf dein schild als das ist eine spritze oder ein medikit auf die gesundheit tun es gefühlt fast doppelt so lange und es ist taktisch immer klug wer da noch nie drüber nachgedacht hat die richtige heil reihenfolge sollte immer sein zuerst die schilde weil das so unwahrscheinlich schnell geht im vergleich zu dem lebenspunkten heil items dann knallst du dir auf jeden fall diesen schild kondensator rein und jetzt auf den punkt zu kommen und dann kannst du schön deine spritzen hier rein bauen weil die einfach verdammt lange dauern wie gesagt drei stufen gehen wir hier mal bei dem blauen davon aus dass du wahrscheinlich wie es die farbe schon sagt maximal wahrscheinlich dein schild auf stufe blau voll bekommst hast ein lila schild bleibt wahrscheinlich ein balken übrig und wenn du das lila teil hast davon dann wird das 100 lebenspunkte auf den schild teilen und bei dem weißen werden es wahrscheinlich 50 lebenspunkte sein und sobald das abgeschlossen ist gibt es eine cooldown von 60 sekunden und dann geht die ganze geschichte wieder von vorn los kann aber auch sein dass man nur aktiver muss müssen wir mal sehen um jetzt zum zweiten teil zu kommen bevor ich das hier völlig vergesse der mobile teleporter habe ich in season 18 erstmalig drüber gesprochen weil es in season 18 erstmalig in den game files entdeckt wurde ganz hohen kurs als zweites item es kann sein dass beide kommen es kann sein dass nur eins kommt vielleicht kommt auch keins wie gesagt die leaks sind teilweise schon sehr sehr alt gerade was den kondensator betrifft wenn eins von beiden kommt dann wahrscheinlich eher der kondensator würde ich mir wünschen auch hier bei dem mobilen teleporter ihr kennt die geschichte irgendwann kam der jump tower raus und viele dachten oh velgry wird jetzt useless die pickrate ist geringer geworden und das hat sich auch glaube ich so ein stück weit so gehalten dennoch ist velgry für mich nicht unbrauchbar und es steht und das macht nur sinn das ding zu implementieren denn ich habe gerüchte darüber gehört wäre ich vielleicht noch mal ein bisschen intensiver darauf eingehen wäre eigentlich ein thema für ein extra video aber es kann sein dass es in naher zukunft könnte vielleicht auch in season 20 schon so sein weil wir werden wieder nerfs und buffs und so weiter bekommen es kann sein dass es ein bisschen mehr liebe abkommt so dass vielleicht auch die ulti ein bisschen überarbeitet wird das gerücht steht im raum wie massiv wie intensiv habe ich mich so intensiv noch nicht mit beschäftigt ich habe nur gehört dass da was passieren soll und es könnte nur sinn machen wenn die so weit überarbeitet wird dass der mobile dass ihre ultimative fähigkeit was ja hier quasi eine theoretische ersetzung wie bei velg darstellen könnte mobiler jump tower velgry und mobiler teleporter und es macht jetzt es nicht unbedingt useless aber ich finde den teleport von es einfach nicht so effektiv in der hektik haust du das irgendwo hin und dann hast du zwei meter vor dir eine pflanze die du übersehen hast dann knallst du das ding vor den baum oder die pflanze und das finde ich manchmal ein bisschen anstrengend deswegen könnte es sein dass es da eine überarbeitung gibt und wir bekommen ihren survival teleporter der dann eins zu eins wahrscheinlich genauso funktioniert vielleicht nicht so weit wie der es teleport auch wenn ich da finde der könnten stück weiter funktionieren ist auf jeden fall ein item was kommen könnte finde ich für die meter oder dieses allgemeine für den lootpool eigentlich ganz interessant auch hier betone ich noch mal der lootpool eigentlich gering gehalten werden das wird auf dauer sowieso nicht lange funktionieren deswegen finde ich auch schade dass die hopp abs ständig eine rotation haben aber wer weiß da habe ich wahrscheinlich einfach da denke ich zu wenig darüber nach wahrscheinlich ist es okay so wie es ist aber es könnte auch besser sein aber das ist jetzt jammern auf hohem niveau ich würde mir wünschen dass wir wenn da wenn wirklich beide über über die zeit kommen dass wir zwei slots bekommen definitiv wäre das ganz cool weil irgendwann wird es schwierig zu entscheiden nehme ich jetzt ein jump tower nämlich ein respawn beacon mit nämlich ein heat shield mit nämlich den kapitel mit keine ahnung meister geier was übrigens denkt man darüber nach die die mischung aus worten und einem schild kapitel kondensator oder die mischung aus octem und diesen kondensator wie schnell du dich heilen könntest du wie schnell du manuell über zeit geheilt werden könnte ist das ist das klingt schon alles ziemlich geil und deswegen hoffe ich irgendwie dass das alles irgendwie kommt leute ich beschäftige mich am besten demnächst noch mal genauer mit dem es ich weiß nicht genau wie groß das sein soll deswegen gucke ich dann noch mal genauer ob es da schon informationen gibt was da passieren soll weil ich habe es nur flüchtig mitbekommen habe es nicht weiter verfolgt das werde ich mal noch nachholen ist wer wird jetzt in den nächsten tagen noch ein weiteres video kommen über etwas was für ein event implementiert wird und in season 20 endlich rein kommen könnte oder sogar soll und das wünsche ich mir eigentlich schon sehr sehr lange thema mobile version mehr sage ich dazu nicht freut dich aufs nächste video das war's für mir oder rein so